Geht's am Podcast, hallo? Hallo, hier ist Rudolf Vorderholzer, Bischof aus Regensburg. Hallo, Eure Exzellenz, wie können wir Ihnen helfen? Ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Na dann schießen Sie doch mal los. Wenn der Zölibat ursächlich wäre für diese Verbrechen, wie erklärt es sich dann, dass 99,9% dieser Fälle von nicht zölibatär lebenden Männern getan werden? Ich halte das, liebe Schwestern und Brüder, für einen Missbrauch des Missbrauchs, insbesondere für einen Missbrauch der Opfer des Missbrauchs. In der Tat, hat man ja den Eindruck, nicht wenigen Interessierten komme diese Schlussfolgerung gerade recht, um lange ersehnte kirchenpolitische Ziele zu verfolgen. Hallo, herzlich willkommen zu Ketzer zu Null, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Matthias Krause und ich bin verbunden mit Christian im Schwarzwald. Hallo Christian. Hallo. Und mit Nico in Hagen. Hallo Nico. Hallo. Philipp fehlt entschuldigt. Wir können uns an dieser Stelle erstmal an unsere Hörerinnen und Hörer bedanken. Wir tun jetzt nämlich das K in Ketzer Podcast. Wir haben jetzt sowohl beim Podcast als auch bei YouTube über 1000 Abonnenten erreicht. Also ein K wird da jetzt angezeigt. Und vielen Dank und hoffentlich geht das so weiter. Das nächste Ziel ist das M, oder? Ja. Wir haben noch gar kein M im Ketzer Podcast. Okay, unsere Themen heute. Das EGMR-Urteil, das jemand Mohammed als Pädophil bezeichnet hatte und dafür bestraft worden war. Dann, Dezember ist Kirchenaustrittsmonat und Christian hat sich wieder eines Lesestands unterzogen. Inside the Atheist Mind von Anthony de Stefano. Jemand, der offenbar mehr als wir weiß über die finsteren Pläne von uns Atheisten. Aber kommen wir zuerst zum dummen Anruf. Bischof Vorderholzer aus Regensburg hat angerufen und sich als würdiger Nachfolger von Kardinal Gerd Ludwig Müller erwiesen. Denn er hat nach der MHG-Studie, also dieser Missbrauchsstudie von 2018, hat er eine Predigt gehalten, die eigentlich sehr, kam mir jetzt nicht so bibelbezogen vor, sondern hat sich über den Missbrauch ausgelassen und in einer Weise, die jetzt, sagen wir mal noch so die alte Kirchendenke widerspiegelt. Er hat rhetorisch gefragt, wenn er Zölibat ursächlich wäre für diese Missbräuche, wie erklärt es sich dann, dass 99,9% dieser Fälle von nicht-zölibatär lebenden Männern getan werden. Ja, und Bischof Vorderholzer, falls Sie zuhören, wir können Ihnen das erklären. Christian oder Nico, könnt ihr es dem Bischof mal verklickern? Ja, also das Allererste muss schon mal gesagt werden, nicht jeder, der Missbrauch übt, und ich hasse das Wort Missbrauch, das ist ein dämlicher Euphemismus, was ist denn dann der richtige, korrekte Gebrauch von Kindern? Wenn es nicht Kindermissbrauch ist, sondern korrekter Kindergebrauch. Aber davon mal ab, nicht jeder, der Zölibatär lebt, was auch immer jetzt darunter verstanden wird, missbraucht Kinder. Nicht jedes missbrauchte Kind wurde von einer Zölibatär lebenden Person missbraucht. Also das ist ein Risikofaktor vermutlich, aber nicht die einzige kausale Ursache. Das schon mal erstens. Und das Zweite ist, wenn wir 99,9% der Fälle haben, also dann im Prinzip ein Promille von Nicht-Zölibatären, dann ist das schon schlecht, weil es sind deutlich weniger Menschen, Priester, als diese ein Promille. Also die Frage ist halt, um wie viel wird das Risiko höher, wenn eine Person Zölibatär ist? Und wie gesagt, das ist natürlich nicht das Einzige. Also der Denkfehler ist hier und ich weiß wirklich nicht, ob. Also dieses Argument ist so dumm, dass man schon fast glauben muss, er weiß selber nicht, wie dumm das ist, dass man ja den Anteil an den Gesamtverbrechen im Verhältnis zum Anteil an der Bevölkerung sehen muss. Wie viel sind das hier? 99,9% der Missbräuche werden offenbar von Nicht-Zölibatär lehnenden Menschen vollzogen, aber die stellen eben mehr als 99,9% der Bevölkerung. Während die Priester offenbar, ich weiß nicht, ob ich die Zeit jetzt nicht so ernst nehmen kann, nur ein Promille der Fälle ausmachen, aber sie machen weniger als ein Promille der männlichen, erwachsenen Bevölkerung in Deutschland aus, habe ich zumindest mal überschlagen. Und damit ist das kein Argument, was Vorderholzer sagt. Vielleicht könnte man zur Entschuldigung von Vorderholzer anführen, dass ich glaube, Christian Pfeiffer das Argument 2010 schon gebracht hat, als der Spiegel da kam. Der hatte doch bei den deutschen Bistümern abgefragt, wie viele Missbräuche da gemeldet waren. Einige Bistümer haben sich nicht beteiligt, aber ich glaube, die hatten 24 Bistümer, davon hatten sie Zahlen gekriegt und ich glaube, 94 Fälle hatten sie da. Und dann haben die Kirchen ja schnell ihre Experten präsentiert, und das war einmal Professor Kröber, der irgendwie damit hausieren ging, dass die Wahrscheinlichkeit, als Zölibatär, pätosexuell oder pädokriminell zu sein, 36 Mal geringer sei als im Rest der Bevölkerung, wobei mir nie klar geworden ist, auf welche Zahlen er sich da bezieht. Es gab ja damals noch gar keine belastbaren Studien. Wie gesagt, die Bistümer haben damals insgesamt von 94 Fällen gesprochen. Das war aber, wovor diese Aufdeckung losging. Und Pfeiffer kam auch mit diesen 99,9% oder so um die Ecke, als ob das ein Argument wäre. Wenn du halt nur einen winzigen, winzigen Bruchteil an der Bevölkerung an Zölibatären hast, dann kannst du mit den 99,9% nicht argumentieren. Und das müsste jemand wie, also ein Bischof, der hat ja sicher keine Ausbildung in Statistik, möchte man meinen, aber hier der Pfeiffer mit seinem Institut dafür Kriminologie in Hannover, der müsste das eigentlich wissen, und da hatte ich den Eindruck, dass hier diese Gutachter, die die Kirche ja auch teilweise, also Kröber hat ja beispielsweise selber auch diese Priester begutachtet, dass die praktisch in Kontakt schon zur Kirche standen, auch schon so mit einem Bein bei der Kirche quasi mit angebunden waren und dass die Kirche die dann vorgeschickt hat, um diese Ergebnisse zu verharmlosen. und vor der Holzer soll ruhig weiter so predigen. Erstens macht er deutlich, dass er immer noch nichts gelernt hat, wenn er das Problem, wir haben doch diesen Song, wenn ich von Tim Minchin, wenn ich gerade noch mal hier anspielen darf, der Text ist eigentlich noch interessanter, aber der Punkt ist, der Song sagt die ganze Zeit, fuck the motherfucker, bezieht sich natürlich auf den Papst und dann wird aber deutlich, wer sich jetzt mehr darüber aufregt, dass Tim Minchin den Papst als Motherfucker bezeichnet, als dass er sich darüber aufregt, dass die Kirche diese Priester gedeckt hat und dass die Priester die Kinder missbraucht haben, dann ist derjenige eben auch ein Motherfucker, weil er nichts verstanden hat. Der Umstand, dass hier massiv Kinder missbraucht wurden, Verbrechen begangen und vertuscht wurden, sollte einen eigentlich mehr empören, als wenn Tim Minchin den Papst als Motherfucker bezeichnet. Das bezog ich natürlich noch auf Benedikt und Benedikt hat hier, hier, Vorderholzer hat ja auch nichts gelernt, wenn er nicht mal nach der MHG-Studie so ein bisschen, sagen wir mal, Einsicht zeigen kann, sondern meint, hier würden jetzt Leute diese Studie für ihre kirchenfeindlichen Ziele irgendwie einspannen und gleichzeitig noch darauf hinweisen, dass 99,9% der Taten nicht von Geistlichen begangen werden, womit er letztlich auch nur nochmal sehr stark darauf hinweist, ist, dass der Anteil der Verbrechen durch Solibatäre scheinbar überproportional ist. Die MHG-Studie hatte ja gerade darauf hingewiesen, dass bei den Priestern der Anteil der Beschuldigten höher war als bei den Diakonen und der Unterschied ist eben, dass die Priester solibatär leben müssen und die Diakone nicht. Also das lässt sich mittlerweile statistisch doch belegen. Obwohl, ich muss ja mal beide Seiten hören, Manfred Lütz meint, dass diese MHG-Studie nicht eins oder viele Teile da nicht eins zu nehmen sind. Also er meint, er sieht da nach wie vor, glaube ich, keinen Zusammenhang. Nur in der Studie wird halt auch auf andere Studien verwiesen und da wird entweder, es gibt so eine alte Studie von 2012, diese Laigraf-Studie, hatten wir schon drüber gesprochen, und die sieht da keinen Zusammenhang. Aber die Begründung ist so ein bisschen komisch und da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, Nico. Andere Studien sehen eben diesen Zusammenhang und der ist statistisch ja auch erstmal da und das heißt dann zwar noch nicht, dass der Zölibat jetzt auslachgeben ist, aber wer jetzt sagen will, dass der Zölibat keine Auswirkungen hat, der müsste dann halt mal mit einer Statistik kommen, die zeigt, dass Zölibatäre nicht überproportional Missbrauch begehen. Und meines Wissens gibt es die nicht und ich bin auch sicher, wenn es die gäbe, würde uns die Kirche und die damit zusammenhängende Medienindustrie diese Studien auch unter die Nase reiben. Also erstmal müsst ihr auch das Gute sehen, das die Kirche macht. Ihr dürft euch heute nicht mal auf das Schlechte konzentrieren. Wir machen ja so viel, okay, nur ein Scherz, Caritas-Löge sage ich nur, kommt ja immer als erstes, das heißt, man soll das wegsehen. Und ich habe da zwei Punkte. Zum einen, ich glaube, in diese kirchenpolitischen Ziele, die er da verfolgt, ist aber, da bezieht er sich auf einen internen Konflikt. Die haben ja den Franziskus, ja die Vertuschung von Missbauskandalen kirchenintern vorgehalten, kurz nachdem wieder so in Amerika, glaube ich, dieser Bericht rauskam. Und das kam aber aus kirchenkonservativen Kreisen. Vielleicht meinen da Vorderholzer hier diese kircheninternen Abrechnungen, die passieren. Interessant ist auch, in dem Zusammenhang, ich habe jetzt in der Badischen Zeitung gelesen, dass der Bischof von Freiburg, Kup Burger, sagt, dass er seinen Vorgänger vorwirft, Zollitsch vorwirft, dass er aktiv an der Vertuschung teilgenommen hat. Ein Artikel da drin, das sollten wir vielleicht mal bei Gelegenheit in einer Nachlesung machen, weil wir waren ja bei Zollisch sehr aktiv. Und jetzt ist die Kirche so weit und gibt das zu, was wir damals gegen den Willen der Kirche versucht haben zu ermitteln und klarzustellen. Matthias hat sich da sehr stark engagiert und wir hatten da einige Beiträge dazu. Man sieht immer, die kommt immer ein bisschen später raus. Der Vorderholzer macht jetzt sozusagen diese Theorie, dass jetzt hier so eine interne Abrechnung stattfindet innerhalb der Kirche möglicherweise, weiß ich nicht, kann man hier viel interpretieren, und dass jetzt sozusagen dieser Missbrauch verwendet wird, um dann quasi so intern aufzuräumen in der Kirche. Kann man sehen, muss man nicht. Zwei Gedanken noch dazu, wenn man jetzt mal wirklich wortwörtlich liest, was er gesagt hat, dass es von nicht-zölibatär lebenden Männern getan werden, dann fällt mir als erstes auf, nicht-zölibatär lebende Männer sind, also wenn da ein Missbrauch begangen wird, dann leben sie ja nicht-zölibatär. Das war mir auch aufgefallen. Das heißt, das ist ja ein ausschließendes Kriterium, in dem Moment, wo sie sexuellen Missbrauch machen, leben sie nicht mehr zölibatär, und damit ist das eigentlich, ich habe das mit Nikos vorher diskutiert, was kann das sein, vielleicht nicht-sexueller Missbrauch, oder sexueller Missbrauch, den die sozusagen im Rahmen des Zölibats machen, in dem sie keine Ahnung machen, meint er das, das ist sozusagen ein, und ein anderer Punkt, der vielleicht auch noch durchschwingt, und man jetzt wirklich böse lesen will, vielleicht meint er auch, nicht-zölibatär lebende Männern, also nicht, das Alternative wäre ja nicht zum Zölibat verpflichtete Männer, könnte auch sagen, dass er hier vielleicht auch die homosexuellen Verschwörungen hier durchblicken lässt, nämlich das Erste, was sie gemacht haben, nachdem diese ganzen Missbrauch, die werden ja nicht neu aufgedeckt, sondern immer neue Missbrauchsfälle aufgedeckt werden, ist, dass sie die Homosexuellen beschuldigt haben, und zwar die homosexuellen Priester, die haben gesagt, das sind die homosexuellen Priester, die das machen, das sind eben nicht, das sind die Homosexuellen, die machen den Missbrauch, die sind sozusagen sexuell schon pervers und deswegen Kindermissbrauch in deren normalen sexuellen Bandbreite vorhanden. Und vielleicht meint er auch das, um das mal ganz bösartig zu interpretieren, dass es ein verholener homosexuellen Bashing ist, das hier stattfindet, wo er sagt, aha, nicht so libertär lebend, damit meine ich natürlich diejenigen, die sowieso hier was machen. Also das sind sozusagen die Gedanken, die mir gekommen sind. Man muss einfach sagen, dieser Vorderholzerzitat ist sehr starker Tobak. Ich hoffe, dass das in der Öffentlichkeit ein bisschen rund geht und die Leute mal klar wird, was da für Leute ganz vorne sitzen als Fürsten hier in Deutschland, als Kirchenfürsten und sagen können, was getan wird. Denkt dran, Katholiken, ihr lebt nicht in einer demokratischen, ihr könnt den nicht abwählen. Das ist euer Chef. Der wird euch vor die Nase gesetzt und ihr müsst damit leben. Und wenn ihr in dem Verein drin seid und findet, dass ein hierarchisches System, das sozusagen immer noch aufgebaut ist wie im Mittelalter, dass von oben Fürsten eingesetzt werden und euch sagen, was zu tun ist und ihr habt keine Chance, irgendwas gegen ihn zu machen, dann ist das eure Entscheidung, euch dieser Hierarchie zu unterwerfen und ihr müsst und das ist der späte Beitrag austreten. Das ist das einzige Sprache, die sich verspielt. Ihr werdet diesen Laden nicht von unten reformieren können. Der ist nicht reformierbar. Und wenn ihr uns das nicht glaubt, liebe Hörerinnen und Hörer oder Bekannte habt, die jetzt nicht so unbedingt sich sonntags live zum Ketzer Podcast zuschalten, dann können wir euch auf den Kirchenrechtler Norbert Lüdecke verweisen, der neulich in Trier einen Vortrag gehalten hat und ich habe den Vortrag noch nicht komplett gelesen, weil ich ja immer Sachen, mit denen ich glaube, eh einer Meinung zu sein, nicht so interessant finde. Also der ist Kirchenrechtler, katholischer Kirchenrechtler und der hat mehr oder weniger deutlich gesagt, die Kirche reagiert nur auf den Entzug von Geld und auf den Entzug von ehrenamtlicher Arbeitskraft. Ja, der Meinung sind wir ja auch, die Bischöfe brauchen sich nicht, das ist nicht demokratisch, die werden von oben ernannt. Die haben diese, sagt man doch bei Trump immer, Audience of one. Also die haben nur einen Zuschauer sozusagen oder Beurteiler, den die befriedigen müssen und das ist der Papst. Und deswegen kann ihnen das egal sein, was die Basis denkt und das Einzige, auf was die reagieren, sind halt Austritte und oder der Entzug von freiwilliger Arbeitskraft und ich will gerade mal sagen, der Artikel heißt also Empörung reicht nicht, wer dann auch drauf verlinkt ist, von Professor Norbert Lüdecke und ist auf theosalon.blogspot.com zu finden. Damit solltet ihr das finden können und ich verlinke das auch nochmal unter unseren Audiobeitrag. Mein Eindruck ist allgemein, dass jetzt doch diese Empörung stärker wird. Also die Bischöfe, eigentlich haben die Bischöfe ja 2002 schon ihre Chance gehabt, als das erste Mal rund ging mit Missbrauch und dann haben sie diese Leitlinien gemacht und dann 2010 stellten sie eben raus, dass das alles sehr, sehr halbherzig und unausgegoren war. Offensichtlich haben aber viele Leute das nicht gewusst oder sich nicht mehr daran erinnert, dass das schon acht Jahre her war, sozusagen der erste Skandal. Aber jetzt erinnert man sich halt noch und jetzt ist die Geduld, habe ich den Eindruck, doch am Ende. Also selbst die Medien, die ja sonst eigentlich immer so das unkritische Sprachrohr der Kirchen sind, merken, dass es so nicht weitergehen kann. Mein Eindruck ist, dass Leute wie Marx, also jetzt von Vorderholz ja gar nicht mal zu reden, aber wie Marx, die sprechen die Sprache derer, die nichts ändern wollen und sich dann salbungsvoll geben, soweit es geht, weil sie eben wissen, man muss zumindest mit Worten so tun, als dass man, also gut, ich will es denen jetzt auch gar nicht absprechen, aber man muss mit Worten sich da in die Opfer einfühlen und Aufmerksamkeit versprechen und so weiter. Aber das haben die halt schon 2002 und 2010 verschworen und es ist nichts passiert und jetzt fragt man sich natürlich, was noch passieren soll. Bin gespannt, ob die Austrittszahlen deswegen vielleicht wieder hochgehen. Ich meine, ich hätte neulich irgendwie sowas gelesen. Also ich meine, hier ist entsprechend Druck aufgebaut. Ein interessanter Punkt ist auch, habe ich auch neulich gelesen, war mir jetzt nicht so klar, dass wohl seit 2010 ein Großteil der deutschen Bischöfe praktisch schon abgetreten ist und jetzt jüngere Nachfolger da sind. Das ist ja auch mal wichtig, um diese Sachen aufzudecken, dass derjenige, der sozusagen an der Bistumsspitze steht, jetzt nicht selber schon, sagen wir mal, da Jahrzehnte lang mitgewurstelt hat, beim Thema Missbrauch. Und Burger hat also, das ist jetzt, vielleicht ist das Zufall, ich hatte mich ja 2010 und 2011 mit dem Bistummann Freiburg, also Bischof Zollitz beschäftigt, der hatte ja die Öffentlichkeit da richtig verarscht und auch über Kirchenrechtler, die dann falsche Statements zugunsten von Zollitz abgegeben hatten. Und das Bistum Hildesheim, wo der damalige Bischof Treller und der Missbrauchsbeauftragte Bongatz, heute Generalvikar, auch die Öffentlichkeit einfach getäuscht haben und so getan haben, als hätten sie ihre Missbrauchsrichtlinien schon vor dem Missbrauchsskandal in Kraft gesetzt. Dabei sind die, ein Blick in die Richtlinien, in die Veröffentlichungen reicht, um zu sehen, dass die erst nach dem Missbrauchsskandal in Kraft traten. Und jetzt ist es eben so, dass Burger Zollitz schon Vorwürfe gemacht hat, als ich davon Wind gekriegt habe. Habe ich Erzbischof Burger nochmal geschrieben und habe ihn darauf hingewiesen, weil die Vorwürfe klangen so, Christian, das war dieses Oberhamersbach, das ist doch bei dir da im Schwarzwald. Das war ein Fall. Da war Zollitz in den 90er Jahren Personalverantwortlicher des Bistums und der soll mit dem Fall nicht richtig umgegangen sein. Ich habe das so verstanden, dass Burger Zollitz Vorwürfe gemacht hat, dass er sich quasi in den 90er Jahren als Personalverantwortlicher nicht richtig verhalten hat bei diesem Fall. Und da habe ich Burger nochmal geschrieben und habe ihm gesagt, Zollitz hat auch 2010 als Erzbischof und als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz die Öffentlichkeit mit erheblicher Raffinesse und Energie getäuscht. Nur, dass sie das mal wissen. Ich habe jetzt noch keine Antwort gekriegt, aber kurz darauf wurde bekannt, dass Burger sich mit Zollitz nochmal direkt besprechen will, wie das damals so war. Ich weiß nicht, ob ich damit das zu tun hatte. Und das andere Bistum war ja das Bistum Hildesheim. Das hat jetzt im September, glaube ich, einen neuen Bischof gekriegt, Heiner Willmer. Da war doch neulich so eine Dokumentation im Fernsehen von Eva Müller, wo sie dieses Missbrauchsopfer da von einem dieser Pater da aus dem Canisius-Kolleg, Matthias Katsch heißt derjenige, dieses Opfer. Da gab es so einen Beitrag, wo auch nochmal ordentlich ging, dass Bistum Hildesheim und auch den Missbrauchsbeauftragten Bongatz gewettert wurde oder der deutlich vorgeführt wurde. Da hat sich der Bischof jetzt auch mal recht deutlich darüber ausgesprochen, dass da einiges nicht ganz koscher war. Und von daher hat sich zumindest bei manchen Bistumern hoffentlich was, ändert sich was. Aber insgesamt ist die Kirche da wirklich so ein Tanker, der sehr lange immer noch in die gleiche Richtung fährt. Und wie gesagt, liebe Katholikinnen, liebe Katholiken, ihr habt da nichts zu melden. Und aus meiner Sicht ist es auch so, habe ich vielleicht auch schon mal gesagt, es gab doch vor ein paar Jahren diese deutschlandweite Umfrage in den Bistumern unter Katholiken als Vorbereitung für diese Familiensynode. Und da wurde auch gefragt, was die Katholiken von der kirchlichen Sexualmoral hielten. Und es kam raus, praktisch kein Katholik hält sich daran, also beispielsweise, dass die keine Verhütungsmittel benutzen. 99 Prozent der Katholiken benutzen Verhütungsmittel. Das Problem ist, wenn die Bischöfe jetzt wissen, dass die Leute praktisch das Gegenteil von dem tun, was die Kirche sagt und bleiben trotzdem in der Kirche, dann bestätigt er denen ja praktisch noch mal, dass die Bischöfe machen können, was sie wollen und keiner austritt. Warum sollen die denn überhaupt was ändern? Von daher, lest mal den Lüdecke und überlegt, ob das nicht das Beste ist, was man da, selbst wenn man der Kirche was Gutes will, ob ein Austritt nicht das Beste ist, um die Bischöfe da mal zur Besinnung zu bringen. Ich meine, das Wichtige für die katholische Kirche ist ja auch nicht die Sexualmoral, sondern dass sie schön weiterzahlen. Das ist ja in Deutschland sehr lukrativ. Für alle Katholiken besteht die Pflicht, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Und man kann ja mal gucken, wie viele Leute da drin sitzen. Denn das ist eine schwere Sünde, nicht in die Kirche zu gehen und das muss gebeichtet werden. Nur mal für die ganzen Wischiwaschi-Katholiken, die hier rumsitzen. Was ihr da macht, das ist nicht das, was sozusagen ihr tun solltet, wenn ihr jetzt hier sonntags zuhört. Ihr solltet jetzt in der Kirche sitzen und schön die Bank drücken. So, dann würde ich noch gerne einen kurzen Absatz vorlesen, der mir auch sehr bemerkenswert an dieser Predigt erscheint. Mhm. Die Priester genießen denselben Datenschutz wie alle anderen Menschen auch. Niemand käme doch auf die Idee, den Staat aufzufordern, alle Personalakten der Lehrer offen zu legen, weil es auch in Schulen zu Fällen sexuellen Missbrauchs kommt. Ja. Erstens. Lehrer werden nicht systematisch versetzt, um das zu vertuschen. Zweitens. Die Direktoren der Lehrer haben nicht geheime Aktenschränke, wo der Missbrauch protokolliert ist. Und drittens, wenn das der Fall wäre, dann wäre genau das der Punkt. Dann würden diese Personalakten tatsächlich gefilzt werden. Also das war mir auch aufgefallen und niemand fordert doch, dass die Kirche ihre, sagen wir mal, Personalakten irgendwie auf einer Webseite veröffentlichen soll. Die einzige Forderung, von der ich weiß, das sind diese sechs Professoren vom Institut für Weltanschauungsrecht, von denen wir übrigens schon ein Interview gemacht haben und das demnächst veröffentlichen werden. Die haben Strafanzeige bei 27 Staatsanwaltschaften gestellt, nämlich den 27 Staatsanwaltschaften, die für die 27 katholischen Bistümer zuständig sind. Weil die sagen, also diese Strafrechtsprofessoren, die sagen, diese MHG-Studie, die belegt ja, dass es noch nicht aufgeklärte Missbräuche gibt, von denen die Staatsanwaltschaften vermutlich auch noch nichts wissen. Und deswegen sollen die Staatsanwaltschaften jetzt dort ermitteln. Aber, wenn die Staatsanwaltschaft, das ist ja deren Ziel, wenn die Staatsanwaltschaft die kirchlichen Akten beschlagnahmt, das ist ja keine Preisgabe gegenüber der Öffentlichkeit. Also der Vorderholzer, der dreht ja völlig am Rad mit dem Schwachsinn, den er dort erzählt. Es geht nicht darum, jetzt die Akten der Priester der Öffentlichkeit preiszugeben, sondern dass die Staatsanwaltschaft da mal rüber guckt. Mal abgesehen davon, dass die Kirche sowieso keine Probleme hat, die ganzen Personalsituationen offen darzustellen. Da gibt es ja diese Kirchenkataloge, diese Personalhandbücher. Wird dann jeder, der irgendwo Pater ist oder sonst wo, wird das dann abgedruckt und dann steht das in allen, wird das sozusagen in theologischen Fakultäten und Bibliotheken überall verteilt. Sodass es eigentlich nach dem Datenschutzgesetz sowieso nicht zulässig, was die da machen. Aber gut, das haben wir ja herausgefunden, als wir zusammen recherchiert haben, wo da eine Pater gibt. Das ist quasi alles hier. Da haben die überhaupt kein Problem zu sagen, wer wo Pater ist und wer was macht. Es sind eigentlich Akten, die unterliegen im Datenschutzgesetz und die halten sich da nicht dran. Das ist denen egal. Interessanter Punkt. Übrigens hier ein Funfact. Einem Journalisten gegenüber hatte das Bistum, also es ging um so einen Missbrauchspater. Und da hatte das Bistum so getan, als sei der nicht im Bistum gewesen. Und dann hatte ich mitgekriegt, dass das in diesem Personalschematismus des Bistums steht und Christian gebeten, da mal nachzugucken, weil er in dem Bistum freiwillig ist und an der Uni wahrscheinlich auch Zugriff zu diesen Bibliotheken hat. Ja, da stand dann tatsächlich drin, dass der Betreffende dann da bei dem Bistum verzeichnet war und das Bistum hat später gegenüber einem Journalisten sich damit rausgeredet, ja, dieser Schematismus, der sei ja so kompliziert, das sei unheimlich schwer, da jemanden drin zu finden und das ist natürlich totaler Bullshit, weil dieser Schematismus so sind Personalverzeichnisse, das hat nur dem Zweck, Leute zu finden und der umstammt, dass Christian, ohne vorher wahrscheinlich das Wort Schematismus schon mal gehört zu haben, in die Bibliothek marschieren konnte und mir sofort den richtigen Typen da raussuchen konnte, zeigt mit was für armseligen Argumenten die sich da damals, wie das heute ist, weiß ich nicht, bis zum Freiburg unter Zollitsch sich da noch versucht haben zu verteidigen. Gut, wenn wir jetzt dazu nichts mehr haben, würde sich vielleicht das Thema Kirchenaustrittsmonat anbieten, wo wir gerade in Schwung sind. Liebe Ketzergemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribed, teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de und bis zum nächsten Mal.